Warum fallen so viele bei der Fahrprüfung durch? Zu genau dieser Frage möchte ich mich mit diesem Video austauschen. Sieht man sich die offizielle österreichische Statistik zu den Fahrprüfungen und der Durchfallsquote an, so fällt einem auf, dass fast bis zu 50 Prozent, also fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler bei der Fahrprüfung durchfallen. Warum ist das so interessant auch in diesem Zusammenhang? Ich habe hier die Statistik vom österreichischen Fahrprüfer-Erfahrungsaustausch. So einmal im Jahr treffen wir uns hier in jedem Bundesland, um sich auszutauschen, Neuigkeiten zu bekommen und so weiter, neben der anderen Weiterbildung, die auch alle Fahrprüferinnen und Fahrprüfer in Österreich machen. Und im Rahmen dieses Erfahrungsaustausches, dieser Konferenz, haben wir also auch die offizielle Statistik bekommen. Diese hier, die ich euch jetzt einblenden, ist vom Jahr 2021. Warum? Weil der Erfahrungsaustausch meistens im Herbst stattfindet, dementsprechend dann immer die Vorjahrsstatistik gezeigt wird. Den diesjährigen Erfahrungsaustausch, den hatten wir noch nicht, somit also die Zahlen von 2021, aber die sind über die letzten Jahre relativ unverändert. Interessant aber schon, dass man hier sieht, dass es auch vom Bundesland zu Bundesland durchaus Unterschiede gibt. Warum ist das so? Ich freue mich auch dazu natürlich über eure Gedanken und den Austausch in den Kommentaren, warum 43% in Wien oder zum Beispiel die Steiermark, die hier komplett führen, die ist mit 18%. Und ich muss dazu sagen, ich durfte die letzten Tage auch Seminare halten in der Steiermark. Ich bin ja relativ viel auch im Bereich der Fahrlehrer und Fahrprüfer, Fahrlehrerinnen und Fahrprüferinnen Ausbildung tätig. In dem Fall war es ein Seminar, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Ahmed Prakte gehalten habe, dem lieben Arci, ihr kennt ihn, wer diesen Kanal verfolgt, schon aus dem einen oder anderen Video vielleicht. Und unser Thema war Fahrschullehrplan in Österreich. Und das finde ich genau in dem Zusammenhang auch wieder spannend, denn eigentlich schaut man sich den Fahrschullehrplan an, dann wäre ja die Idee der Fahrprüfung quasi, dass es so eine reine Formsache nochmal ist, wo dann eben geschaut wird, ob all die Inhalte laut Lehrplan auch gekonnt werden, ob dieses Ausbildungsziel erreicht wurde. Aber für eine Formsache fallen dann doch wieder relativ viele Leute durch. Schaut man sich die Statistik an, wobei auf der anderen Seite natürlich möchte ich das jetzt auch nicht nur aus der negativen Seite betrachten, ganz im Gegenteil, denn man kann ja auch sagen, das Glas ist mehr als halb voll. Immerhin kommen mehr als die Hälfte durch. Je nach Bundesland dann auch deutlich mehr als die Hälfte. Und die vorhin angesprochenen Seminare auch für mich einmal mehr. Sehr, sehr spannender Austausch gewesen unter den Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür, wenn manche davon auch das Video vielleicht jetzt sehen werden. Und bevor ich jetzt gleich generell ein paar Gründe, ein paar Themenkreise als Keynote für den Austausch, warum halt dann doch gerade bei der Fahrprüfung relativ viele auch durchfallen, komme, noch ein paar Gedanken zu den möglichen Gründen für die relativ großen Unterschiede bei der Statistik in den einzelnen Bundesländern, was die Durchfallquote betrifft. Wir haben gesagt, ein Grund könnte natürlich sein, dass einfach in der Stadt eine wesentlich höhere Regelungsdichte ist. Es ist einfach komplexer, ich denke, da werden mir die meisten zustimmen, irgendwo in der Wiener Innenstadt zu fahren als im Freiland. Und aus der Natur der Sache heraus, von der Geografie, ist gerade Wien ein Bundesland, das ja zugleich eigentlich de facto nur Stadtgebiet ist. Schaut man sich Niederösterreich an, Burgen an, Steinmark etc., dann hat man eigentlich immer zwar natürlich auch urbane Bereiche, aber eben wesentlich gemischter mit ländlichen. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, ganz so ist es in Wien auch nicht, denn die Übungsplätze sind ja nicht immer im Bundesland Wien, wenn jetzt sozusagen die Prüfung Wien zugerechnet wird. Es geht eben um den Fahrschulstandort, aber manche Fahrschulen haben ja dann im Wiener Umland logischerweise, aufgrund des Platzmangels in Wien, den Übungsplatz. Also ein anderes Thema, dass es immer schwieriger wird, Flächen zu finden, wo man Fahrprüfungen machen kann, aber vor allem auch die Fahrschulen die Grundausbildung machen können. Wie dem auch sei, dadurch ist natürlich auch ein bisschen ein Einfluss, trotzdem selbst in Wien, wo Prüfungen auch im ländlicheren Bereich ablaufen. Allgemein, dazu bin ich schon in diversen Videos eingegangen, gilt es ja sowieso generell, die verschiedensten Bereiche pro Fahrprüfung abzudecken. Das heißt sowohl von verkehrsarmen Bereichen bis hin zu höheren Geschwindigkeiten, aber auch Kreuzungen etc. Anderes Thema, wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber man kann natürlich auch nur das prüfen im Endeffekt, was halt irgendwo die Umgebung hergibt. Wenn ich in der Wiener Innenstadt bin, wird es für mich nun mal schwer werden, eine Autobahnfahrt zu machen oder im Westen von Wien, um ein Beispiel zu nehmen, denn dort hat man zwar die A1, werden jetzt einige von euch sagen, die Westautobahnen, die vielleicht ortskundig sind, nur überlegt man sich, wenn ich jetzt 25 Minuten oder schon relativ lange bis zur nächsten Autobahnabfahrt fahre und dann im Pressbaum bin, dann fehlen mir halt dann wieder die Bereiche, beziehungsweise würde es sich hier wieder nicht von der Abwicklung her sinnvoll ausgehen. Das vielleicht auch vorweg dazu. Das heißt, ja, das könnte eine Rolle spielen, wir haben wesentlich mehr ländliche Prüfgebiete sozusagen in der Steiermark. Interessant finde ich aber auch, und in dem Zusammenhang, Vorarlberg ist von der Durchfallsquote noch höher als Wien, aber da haben wir jetzt im Vergleich sozusagen von der Fläche, denke ich, nicht so viel an urbanen Bereichen. Also, was auch immer so lange hier dann der Hintergrund ist, und da auch ein ganz interessantes Phänomen, das ich gehört habe, dass sehr viele aus Vorarlberg wiederum zu einer Fahrschule in der Steiermark fahren für die Führerscheinausbildung. Das heißt, da gibt es so Führerscheincamps, wo dann intensiv in 14 Tagen, 3 Wochen, wie es sich halt so sagen, dann ausgegebenbar geht, die Führerscheinausbildung gemacht wird und dann auch die Fahrprüfung in der Steiermark abgelegt wird. Schaut man sich also hier die Statistik zwischen Vorarlberg und der Steiermark an, ist auch das im Hintergrund, finde ich, interessant, eben als Tatsache, dass manche Vorarlberger und Vorarlberger es vorziehen über dieses Führerscheincamp, nenne ich es jetzt mal, wie auch immer das genannt wird, in der Steiermark dann die Ausbildung zu machen. Gut, aber jetzt schauen wir weiter zu meinen Gedanken, was so Hauptgründe sein könnten für das Durchfallen. Also klar ist, ich glaube, ein zentraler Themenkreis ist natürlich logisch einfach das Thema Vorbereitung, ausreichende Fahrstunden. Wenn da mangelnde Vorbereitung ist, sei es jetzt aus Kostengründen oder aus Zeitgründen und daraus resultieren dann natürlich auch wiederum das Problem, dass man unter Umständen auch noch mehr Druck bei der Fahrprüfung hat, denn ein negatives Ergebnis würde dann wiederum mehr Kosten verursachen. Das würde ja auch wieder zu diesem Zeitaufwand bedeuten. Die Konsequenzen, wenn man negativ beurteilt wurde, habe ich auch in einem eigenen Video schon genau erklärt, die Wartefrist etc. Und auf der anderen Seite aber ist auch oft, was ich so vernommen habe, ein gewisser Druck leider aus dem Umfeld sozusagen noch da. Sei es jetzt die Familie, die Eltern, die vielleicht auch die Kosten tragen, wo man dann natürlich als Sohn, Tochter sich denkt, boah, ich will denen auch nicht nochmal zusätzliche Kosten verursachen. Und das macht aber wiederum natürlich mehr Druck bei der Fahrprüfung, was sich dann halt auch wieder nicht positiv auf die Fahrprüfung, auf die Leistung, auf das Prüfungsergebnis folglich auswirken kann. Aber generell natürlich auch, wenn ich, je weniger ich sozusagen vorbereitet bin, je schlechter ich vorbereitet bin, so geringer sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten, dass ich dann auch entsprechend Leistung bringen kann bei der Prüfung, um zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Ein zweiter Themenkreis, denke ich, ist die generelle Prüfungsangst und Aufregung im Zuge der Abwicklung der praktischen Fahrprüfung. Die Fahrprüfung ist einfach irgendwie sowas Besonderes, verständlicherweise, für viele von uns. Und da erlebe ich auch, und das sehe ich auch jetzt in dem persönlichen Umfeld, liebe Grüße an alle, die vor der Fahrprüfung stehen, gehen raus. Und viele Erfolge natürlich, Fingers crossed, ja. Die Fahrprüfung ist irgendwie dann doch wieder anders als andere Prüfungen. Leute, die teilweise die Matura jetzt hatten, Abitur, wie man in Deutschland sagt, Uniprüfungen, letztens auch in der Steimark habe ich mich ausgetauscht mit einem Kollegen, der gesagt hat, ja, hatte jemanden vorher Medizinprüfungen gemacht, Medizinstudium, glaube ich, so habe ich zumindest in Erinnerung, aber jedenfalls ein schwieriges Studium abgeschlossen. Und dann bei der Fahrprüfung extrem nervös, obwohl man eigentlich, dass selbst Prüfungen gewohnt ist. Ich meine, das ist sowieso dann nochmal ein eigenes Thema. Gerade Leute, die später den Führerschein machen, sind auch oft die Prüfungssituation nicht mehr gewohnt. Aber es ist halt einfach generell offensichtlich die Fahrprüfung für viele dann doch anders. Mag auch daran liegen, habe ich jetzt auch vor dem Video mit einigen nochmal ausgetauscht, speziell dazu, dass halt sehr viel Situatives in die Fahrprüfung reinfällt. Man kann, wenn man beim Medizinstudium ist, wenn man sonst irgendwo für Prüfungen lernt, sehr genau lernen. Auch für die Theorieprüfung bei der Führerscheinprüfung ist das natürlich noch möglich. Aber gerade bei dem praktischen Teil, bei der praktischen Fahrprüfung spielt halt einfach auch viel rein, was man nicht genau so vorher vorbereiten kann. Ja, man fährt die Fahrstunde und man fährt vielleicht sogar zufällig auch die Strecken ab, die bei der Prüfung kommen. Ist natürlich, die Prüfung kann überall stattfinden und es liegt obliegt, wie ich auch in anderen Videos schon gesagt habe, uns Fahrprüferinnen und Fahrprüfer dann eine Strecke auszuwählen, eine x-beliebige. Und wir machen das natürlich bewusst so, dass wir nicht immer die gleichen Strecken fahren, denn man macht ja den Führerschein nicht nur für eine bestimmte Strecke, sondern es solle generell abgeprüft werden, ob ausreichende Kenntnisse vorhanden sind. Aber trotz alledem, selbst wenn man jetzt die Strecke eben abgefahren wäre, vielleicht kommt ein Einsatzfahrzeug, das eben vorher nie da war in den Fahrstunden. Ich möchte nur sozusagen ein Bild machen, was offensichtlich Hintergründe sind, wo wir uns schon ausgetauscht haben, warum die Fahrprüfung, die praktisch etwas Besonderes ist und da dann oft die Prüfungsangst, die Aufregung leider, das sich sehr negativ auf das Ergebnis auswirkt und was dann wiederum auch Grund sein könnte für die relativ hohe Durchfallsquote. Ich habe auch dazu ein eigenes Video gemacht mit Frau Mag. Brunner-Mölz. Liebe Grüße an die liebe Monika an dieser Stelle. Ich finde das Video, das wir damals gedreht haben, einfach mit den Gedanken unheimlich wertvoll. Vielen Dank an dieser Stelle und ich verlinke euch natürlich auch dieses Video in der Beschreibung, wenn ich es hier anspreche. Und ein dritter Themenkreis und das sind, wie gesagt, so mal meine Gedanken, warum doch so viele durchfallen und teilweise auch die Generation auch vor mir sagt, naja, bei uns war das ja ganz anders und da ist man nicht so durchgefallen, warum hat sich das auch geändert vielleicht so ein bisschen? Und da möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass halt einfach besonders im urbanen Bereich, wie schon eingangs gesagt, oft eine extrem hohe Verkehrsdichte, aber eben auch Regelungsdichte ist. Es gibt viel mehr Gelegenheiten als vor 50, 60 Jahren, wo man durchfallen kann, ins Effekt. Und das wurde eben über die Jahre definitiv nicht einfacher von diesem Zusammenhang her. Und dementsprechend natürlich ist aber auch der Anspruch an die Führerscheinprüfung höher, damit eben hier entsprechende Verkehrssicherheit ist zum Schutz der Kandidatinnen und Kandidaten, die ja dann alleine sozusagen zurechtkommen müssen im Straßenverkehr und auf der anderen Seite natürlich auch generell für die Gesellschaft. Und in diesem Zusammenhang natürlich, klar werden auch manche sagen, naja, aber es ist natürlich auch so, dass vielleicht zu streng die Prüfungen sind. Naja, da gibt es eben immer diese zwei Perspektiven, muss man auch an dieser Stelle sagen. Denn wenn dann sozusagen wir mit anderen Autofahrern zusammenkommen, dann kommt ja oft die Kritik, wie hast denn du den Führerschein gemacht? Wie hat denn der den Führerschein gemacht? Also ich will sozusagen auch da wieder ein Bild sozusagen von den zwei Seiten machen an dieser Stelle für den Austausch, dass halt sozusagen auf der einen Seite Leute sind, die sagen, es sollte eigentlich strenger sein, wenn sie dann auf diverse Verkehrsteine immer treffen. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man selbst vor der Prüfung steht, wo man sagt, naja, es sollte natürlich leichter sein. Klar, unterschiedliche Interessen kommen hier zusammen. Aber es wird eben schon versucht hier, und in dem Zusammenhang spannende Statistik, über die Bundesländer hinweg versucht, ein möglichst homogenes Prüfungsergebnis zu erreichen. Das heißt, egal bei welcher Prüferin oder Prüfer in welchem Bundesland etc. ich die Prüfung mache, es sollte immer sozusagen dasselbe Ergebnis oder dasselbe schwere Grad der Prüfung erreicht werden. Und dementsprechend ist natürlich auch hier ein Bewertungssystem dahinter, das übrigens auch schon in der Playlist genauer beleuchtet hat. Diese selbstverständlich auch in der Beschreibung. Und das soll es jetzt auch schon mal für dieses Video gewesen sein. Spannendes Thema, finde ich. Und mehr Austausch dazu in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, dass ich auch dieses Thema mal angesprochen habe, dann gerne einen motivierenden Daumen für mich auf das Video hoch. Und den Kanal abonnieren, sowie die Glocke drücken, damit ihr in Zukunft kein Video von mir verpasst und wir weiter in Austausch bleiben können. Alles Liebe. Ciao, ciao.